Oh, es ist jetzt endlich soweit, Leute. Es ist 22 Uhr. Super duper, Leute. Der neue Batman-Joker-Film läuft jetzt. Ich bin total aufgeregt. Und zwar im Kino. Wir müssen da jetzt hin. Moment mal. Erstmal rufen wir Dandy an. Der wollte mitkommen. So, wo ist denn das Telefon? Hier ist das Telefon. So, und zack. So. Hallo, Dandy? Hallo, Icky? Hey, da bist du ja. Dandy, wir gehen jetzt ins Kino. Bist du bereit? Nein, bin ich nicht. Ich komme nicht mit ins Kino. Bist du wie verrückt? Wieso? Wir hatten uns doch verabredet. Icky, komm auf die Uhr. Hast du nicht mitbekommen draußen laufen? Entführer rum. Bist du irgendwie komplett... Ja. Entführer? Echter Entführer? Echter Entführer? Hast du nicht die Zeitung gelesen und Nachrichten geguckt? Warte, bis die Polizei lieber den Führer geschnappt hat. Dann können wir gerne ins Kino gehen. Ach, komm schon. Aber ich gehe auf keinen Fall raus. Bitte, ganz schnell hinlaufen. Nur ins Kino. Ist doch nicht weit. Nein. Als ob wir entführt werden, Dandy. Bitte. Ich, bist du verrückt? Ich gehe auf keinen Fall raus. Ah, er hat aufgelegt. Mano. Ach, ich muss aber unbedingt in diesen Film gehen. Ah, ich rufe ihn gleich nochmal an, oder? Hm. Ah. Oh. Hey, Freunde. Da seid ihr wieder. Freut mich wirklich. Mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst auf jeden Fall nicht jetzt schon mal, den Kanal hier zu abonnieren. Und dritte mal auf die Glocke zu drücken. Damit du ein Teil der Icky-Army wirst. Der coolsten Army auf ganz YouTube. Oh, yeah. Und es würde mich auch freuen, wenn du dem Video ein Like gibst. Also einen Daumen nach oben. Und wenn auch du hier in den Kommentaren angezeigt werden möchtest, dann schreib mal liebes Kommentar und dann kann ich dich auch grüßen. Okay, ich rufe jetzt Dandy nochmal an. Der muss mitkommen. Okay, Leute. Wir rufen jetzt Lix an. Der wird mitkommen. So. Eins, zwei, drei. Lix. So. Der muss rangehen. Der muss rangehen. Los. Hallo? Hey, Lix. Äh, du, Icky, geht's dir gut? Ja, komm, wir gehen ins Kino. Der neue Joker-Film. Oh, nein. Ich hab nicht gefragt, ob's dir gut geht, sondern ob's dir gut geht, weil draußen Entführer unterwegs sind. Ja, ich weiß. Aber komm, wir sind doch super stark. Hast du etwa Angst vor Entführern? Komm, wir gehen jetzt bitte raus und wir gucken den Film, Lix. Oh, nein. Das klang mir in den Nachrichten viel zu gefährlich. Auf gar keinen Fall. Nicht mit mir. Dann geh ich alleine. Was? Nein. Du kannst doch nicht alleine gehen. Die werden dich auf jeden Fall entführen. Lix. Komm schon. Als ob die mich jetzt entführen. Die werden doch... Ach, Lix, bitte. Ich geh jetzt alleine, Lix. Okay? Nein, ich mach das nicht. Ich leg jetzt auf. Tschüss. Zack. Nein. Diese doofen beiden Jungs. Sie haben Angst vor Pappalapapp irgendwelchen Entführen. Ne, 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 ne. Ich geh da jetzt alleine ins Kino. So. Wir machen jetzt hier die Tür auf. Oh. Zack. Es ist aber wirklich ganz schön dunkel. Sind hier irgendwo Entführer, Leute? Irgendwo hier sollen Entführer sein. Ich hab ein bisschen Angst. Oh, oh. Vielleicht laufe ich einfach hier durch den Wald entlang. Irgendwo hier müssen ein Führer sein. Ich seh die aber nicht. Okay. Wir müssen nur ins Kino kommen. Sobald wir im Kino sind, dann sind wir sicher. Wir müssen nur ins Kino kommen, Leute. Nur ins Kino. Oh. Schnell, 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 schnell. Da vorne ist das Kino. Ah. Jetzt sind wir schon in der Stadt. Hier ist überall Licht. Und da vorne ist auch die Polizei. Also hier hab ich eigentlich gar keine Angst mehr. Also wir haben es so gut wie geschafft. So. La, 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 la. Und hier vorne ist auch schon das Kino. Wir haben es geschafft. Die beiden Jungs dachten echt, ich werde entführt. Wie dumm die sind. So. Wir gehen jetzt endlich hier. Was ist das? Wer ist das? Hey. Was ist das? Der Entführer. Hilfe. Hilfe. Äh. Äh. Hä? Wo? Wo bin ich hier? Oh nein. Ich wurde entführt. Ich. Ich kann hier nicht runter. Ich. Oh. Die haben mich hier festgebunden. Wo bin ich hier? Hilfe. Das ist voll gruselig. Hilfe. Oh Gott. Oh Gott. Was ist hier los? Hallo? Ja. Wer bist du? Ja. Noch einer. Die Entführer. Seid ihr, seid ihr die Entführer in der Stadt? Ja. Nein. Ich kenne dich doch. Du, du bist Dandy. Ich weiß ganz genau, dass du Dandy bist. Ich bin nicht Dandy. Hahaha. Doch. Ich kenne dich ganz genau. Nein. Glaubst du mir nicht? Ich glaube dir nicht. Lass mich sofort gehen. Und zwar sofort. Die Polizei wird euch sonst schnappen. Glaube. Zeig ihr den Beweis. Dandy. 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 Lass ihn sofort gehen. Das ist mein Freund. Ihr Fieslinge. Ja. Hast du mich gerade gehauen? Das gibt eine Bestrafung. Nein. Was ist das? Ah. Was ist das? Eine. Autsch. Ich gehe langsam und langsam. Wartworte langsam. Ist das eine Peitsche? Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Oh nein. Ah. Glaube. Hör auf. Wie habt ihr denn die entführt? Das bleibt ein Geheimnis. Hey. Lass mich bitte gehen. Was wollt ihr von mir? Icky. Ihr wird dir keiner helfen. Du wirst dir qualvoll. Langsam. Zugrunde gehen. Nein. Hilfe. Oh Gott. Oh Gott. Leute. Wir müssen hier dringend weg. Ihr müsst mir helfen. Freunde. Gebt jetzt alle dem Video einen Daumen nach oben. Um mir zu helfen. Los. Ich brauche Hilfe. Ah. Au. Die Namen. Nicht schlagen, bevor ich es gesagt habe. Hörde. Du bist wohl der Chef. Und das ist wohl der komische Diener. Hilfe. Diener. Hilf mir. Diener. Hau ihn. Nein. Tu es nicht. Diener. Au. Autsch. Das tut weh. Das tut weh. Icky. 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 Was hast du dir dabei gedacht? Um Mitternacht. Raus. Lix wird kommen. Lix wird kommen und dich verhauen. Vertrau mir. Das ist mein Freund. Der wird herkommen und dich verhauen. Vertrau mir. Lix. Den empführen wir glaube ich auch als nächstes Land. Lix werdet ihr niemals kriegen. Der ist noch draußen frei. Und der arbeitet bei der Polizei genau wie ich. Und wir werden euch kriegen. Vertrau mir. Du wolltest mal Lix anrufen? Ihr könnt Lix nicht anrufen. Doch, doch. Icky. Gib mir dein Handy. Ich hab kein Handy dabei. Feicht hinaus. Los. Ich hab wirklich kein Handy dabei. Autsch. Nochmal. Guck mal. Wirklich. Ich hab keins. Au. Ich führ dir das bis drei. Wenn du mir nicht dein Handy gibst. Ich hab kein Handy. Bist du... Morgen ausgefeiht. Los. Mach weiter. Drei. Bist du doof? Ich hab kein Handy. Eins. Ah. Tu es nicht. Nein. Ah. Autsch. Hör auf. Ah. Au. Hör auf damit. Ah. Hilfe. Lix. Warum hört mich denn keiner? Lix. Lix. Ich bin hier unten. Hilf mir. Mach ihm sein Mund zu. Mach ihm sein Mund zu. Gehört. Genau. Wir holen uns ihn. Wir holen uns ihn. Er war das. Hahaha. Hahaha. Oh Gott. Oh Gott. Leute. Die haben... Lix. Lix war oben. Der hat mich gehört. Und der sucht mich jetzt. Und die beiden Entführer sind jetzt auf der Suche nach Lix. Oh nein. Das ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh oh. Nicht, dass die Lix auch noch kriegen. Lix. Lix. Lauf weg. Hilfe. Lauf weg. Ich. 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 Oh nein. Lix. Lix. So meine Kleinen. Jetzt wird euch keiner mehr retten. Komm mal her Lix. Komm her. Ab mit dir in die Flammen der Schrecken. Lix. Nein. Nein. Dich. Und jetzt? Lass mich hier raus. Jetzt solltet ihr für den Rest eures Lebens hier verrottern. Nein. So. Die Welt ist weiter gefoltert. Ich werde jetzt meine Folterinstrumente holen. Nein. Das tust du nicht. Ah. Du Fiesling. Oh nein Lix. 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 Das tut so weh hier drin. Aua. Pass auf dich auf. Geh nicht so nah an die Flammen. Oh. Es ist hier so wenig Platz drin. Lix. Was sollen wir tun? Denn die ist auch da drinnen gefangen. Wir müssen irgendwas tun. Ich habe hier was dabei. Lix. Ich weiß nicht ob das funktioniert. Du Lix. Ich habe gerade ein Telefon hier in meiner Hosentasche. Was wenn wir einfach die Polizei rufen? Du hast ein Telefon? Beeil dich. Bevor der Bösewicht da runterkommt. Ruf schnell die Polizei an. Okay. Warte kurz. Hier. Siehst du das Telefon? Ja. Ja. Ruf an. Los. Okay. Warte. 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 Beeil dich. Ich höre ihn. Oh nein. Er kommt runter. Schnell Lix. Schnell zur Kürze. Er kommt. Mach das Telefon weg. Da ist er. Oh nein. Du Fiesling. Du wirst gleich verhaftet werden. Vertrau mir. Verhaftet? Ich glaube nicht. Die Polizei kommt gleich. Und wie sie kommen wird. Ach. Seid ruhig. Seid steh. Hast du das oben gehört? Äh. Ja. Da oben ist was. Ha. Er ist da. Die Polizei ist da. Du wirst jetzt verhaftet. Du Fiesling. Ichi, kannst du dich losreißen? Warte. Da. Komm schon. Das schaffst du. Ich hab's geschafft. Oh nein. Dieser doofe Stuhl. So. Los. Hol mich schnell hier raus. Es ist so warm hier drin. Schnell. Alter. War das heiß. Alter. Warte mal. Wir müssen Dandy noch rausholen. Stimmt. Komm schnell. Zack. Dandy, komm raus. Endlich. Endlich. Das ist so große Angst. Komm schnell weg hier. Leute, komm schnell. Wir müssen abhauen. Wo ist der? Los, raus hier. Raus hier. Oh, bevor der noch kommt. Oh, wo sind wir hier überhaupt? In der Küche. Oh mein Gott. Oh, da ist eine Polizistin. Schnell zur Polizistin. Hallo. Woher kommt. Hilfe, Polizei. Oh, Polizei. Da sind die Fieslinge. Alter. Hey, du Fiesling. Wir haben's geschafft. Äh, sei ruhig. Haha. Super. Vielen, vielen Dank, Polizei. Oh, danke für eure Hilfe. Vielen Dank. Ihr habt uns gerettet. Wir wurden gerettet. Juhu. Und wenn ihr das cool fandet, dass die Polizei uns gerettet hat und wenn ihr das Video auch cool fandet, dann gebt jetzt dem Video ein Like, also einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal hier und drückt Rechtszeichen auf die Glocke, Leute, damit ihr kein Video mehr verpasst. Schaut unbedingt bei meinen besten Freunden Lix und Dandy vorbei. Und bis zum nächsten Video, Freunde. Tschüssi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020